dp audiobooks präsentiert das herz des duke of rothwell von ella quinn teil 3 der reihe the worthingtons gelesen von amanda felser wir wünschen viel freude beim hören kapitel 1 hyde park im mai 1815 am frühen morgen die morgendämmerung war erst vor wenigen minuten hereingebrochen aber ein leichter nebel lag in der luft und ließ die sonne wie einen kleinen gelben ball aussehen gideon duke of rothwell war sich sicher dass er zu der art früher morgenstunde der einzige reiter sein würde er brauchte dringend die ruhe die ihm ein scharfer ritt verleihen konnte und donnerte den leeren kutschpfad entlang doch plötzlich brach wie aus dem nichts ein dunkler fuchs aus dem nebel heraus und störte seine einsamkeit noch mehr wurde seine aufmerksamkeit allerdings von dem riesigen hund fast von der größe eines ponys gefesselt der mit dem pferd schritt hielt was zum teufel fesu sein schwarzer morgese tänzelte nervös als gideon ihn zum stehen brachte ruhig junge wir wollen doch nicht dass dieses biestie ins gehege kommt er könnte dir im nu ein bänderis an den hinterläufen bescheren einen augenblick darauf lenkte eine lange dunkle haarsträhne die sich unter dem hut der reiterin löste seine aufmerksamkeit auf die frau in der zeit die verging bis sie auf gleicher höhe mit ihm war hatte er ihre zierliche in ein dunkelblaues reitgewand gekleidete gestalt und ihre exzellente haltung wahrgenommen sie sah herüber und zügelte ihr pferd nur für den kürzesten augenblick bevor sie an ihm vorbei ritt ihre wangen waren von der kühlen luft rosig und ein zauberhaftes lächeln umspielte ihre glänzenden rosa roten lippen ihre blicke trafen sich und blieben aneinander haften als wären sie die beiden einzigen menschen auf der erde in dieser sekunde in der gideon sich fühlte als würde er in das lebhafte blau der augen der reiterin hinabstürzen erinnerte deren farbe ihn an lapis lazuli sie muss ein trugbild sein er zwinkerte und da war sie verschwunden es hätte alles nur ein traum sein können doch wenige sekunden später ritt ein stallbursche heran der offenkundig versuchte seine herrin einzuholen für einen moment war er versucht ebenfalls hinterher zu reiten aber da wäre er schlecht beraten offenkundig war sie eine dame und selbst wenn er eine offizielle vorstellung herbeiführen könnte und ihre bekanntschaft sich zufriedenstellend entwickeln würde so war er doch nicht in der lage sich zu verheiraten es war reine spinnerei im zusammenhang mit einer frau die er nur im vorbeireiten gesehen hatte an eine ehe zu denken trotzdem hätte er zu gerne davon träumen dürfen verdammt vater wärst du noch am leben würde ich dich schütteln bis du vernunft annähmst doch der alte herzog hatte bereits seit mehr als drei monaten unter der erde gelegen als gedeon aus kanada zurückgekehrt war er konnte jetzt nur noch die scherben einsammeln die sein vater hinterlassen hatte komm junge er schüttelte den kopf um das bild der blauen augen in seinem geiste loszuwerden und ließ fesu in trab fallen es ist zeit umzukehren solange ich hier bin kann ich auch versuchen mehr herauszufinden und einige rechnungen begleichen er hätte nie weggehen sollen die verluste waren seine eigene schuld wäre er zu hause geblieben wäre kein schaden entstanden wie ging noch mal das alte sprichwort vom säen und ernten nun jetzt war es allein seine aufgabe die besitztümer des herzogtums wieder zu dem zu machen was sie noch vor wenigen jahren gewesen waren bevor er zu den kolonien aufgebrochen war um den hinterwäldler zu spielen leider würden die erfahrungen die er dort gesammelt hatte ihm keineswegs dabei dienlich sein seine besitztümer wieder zusammen zu tragen und auf den stand der zeit zu bringen 15 minuten später als er zu den stallungen hinter dem stadthaus ritt betrachtete er das gebäude auf der suche nach anzeichen dafür dass es bald renoviert werden müsste als er aus kanada zurückgekehrt war hatte es ihn zunächst einmal schockiert zu erfahren dass sein vater verstorben war man hatte zwar einen brief geschickt doch den hatte er nicht erhalten bevor er die kolonien verlassen hatte der zweite schock war der erbärmliche zustand seiner liegenschaften es überraschte ihn dass die ehemals prosperierenden anwesen innerhalb solch kurzer zeit in einen solch reparatur bedürftigen zustand hatten geraten können wenn er nur wüsste aus welchem grund sein vater seine besitztümer so vernachlässigt hatte wo er in der vergangenheit doch so stolz auf deren zustand gewesen war noch verwirrender empfand er es jedoch dass niemand in ganz rothwell abbey ihn zufriedenstellend erklären konnte was geschehen war das seinen vater derart verändert hatte wäre er doch nur zu hause geblieben wo er hingehörte anstatt in see zu stechen und den ozean zu überqueren es hatte ihn gelehrt seine eigene verantwortung niemals in die hände anderer zu legen eigentlich hatte er keine zeit für diesen abstecher in die stadt doch sein vetter edmund bentley hatte gedeon geschrieben und um hilfe gebeten also war er jetzt hier euer gnaden barnes sein stallmeister streckte rasch die hand nach fesus kopf aus und griff nach dem zaumzeug ich hab ihn wie ist der zustand des dachs fragte gedeon und schwang sich vom pferd in der kurzen zeit seit er zu hause war hatte er gelernt zu fragen niemand so schien es gab freiwillig irgendwelche informationen preis ich will die wahrheit hören es ist viel leichter ein kleines leck zu reparieren als den schaden den es nach sich ziehen kann bis jetzt ist alles trocken euer gnaden ich behalte es im auge aber an einigen fensterrahmen löst sich der kit wenn es nichts schlimmeres war würde gedeon sich glücklich schätzen es würde zeit und geduld kosten die nötigen reparaturen an den vernachlässigten gebäuden durchzuführen aber er wollte verdammt sein wenn er zuließ dass noch mehr in unordnung geriet sorgen sie dafür dass sie repariert werden sehr wohl euer gnaden werdet ihr lange hier bleiben fragte der mann mit einem hoffnungsvollen ausdruck im wettergegerbten gesicht ein paar wochen vielleicht auch kürzer es muss einiges getan werden sowohl auf rothwell als auch den übrigen gütern schlimme sache das ganze der ältere mann tippte sich mit dem finger seitlich an die nase ich sorge mal dafür dass die stadt kutsche in gutem zustand ist ihr könnt nicht brauchen dass sie zusammenbricht wenn ihr sie benutzt oder dass sie schäbig aussieht wenn es noch dieselbe ist an die ich mich erinnern kann muss sie wohl ersetzt werden gedeons tonfall klang sogar noch grimmiger als er sich fühlte obwohl das kaum ging die hat noch ein paar gute jahre der stallmeister schickte sich an fesu in den stall zu führen und blieb stehen überlasst es dem alten barns danke sehr gedeon hoffte er konnte die dankbarkeit die er für seine alten hausangestellten hatte zeigen sie waren echte juwelen ohne ihre loyalität und ihre geduld wäre sein eigenes leben und das seiner gesamten familie viel schwerer jetzt wo ihr da seid was wollt ihr mit den neuen kutschen machen die der herzog bei hatchets geordert hat neue kutschen er musste sich zusammenreißen dass ihm nicht die kinnlade herunter fiel was zum teufel hatte sich sein vater nur gedacht wobei dieses detail unnötiger extravaganz zu den informationen passte die er nach und nach über das verhalten des alten herzogs zusammengetragen hatte über seine ausgaben die nur wenig übrig ließen um die besitztümer in schuss zu halten er hat einen landauer und einen hochsitzigen feten was zum teufel sagen sie da sein vater war nicht mehr siebzig was wollte er denn mit einem feten anfangen barns errötete ich glaube der war für diese gierige weibsperson mit der er sich eingelassen hat gedeon blieb die luft weg seine eltern waren das hingebungsvollste ehepaar gewesen das er kannte was konnte geschehen sein das seinen vater so drastisch verändert hatte und warum in gottes namen hatte niemand gedeon geschrieben und ihn gebeten nach hause zu kommen verflucht nochmal nur das wäre nötig gewesen ein gefühl der frustration durchlief ihn er fuhr sich mit den fingern durchs haar und stieß dabei seinen hut herunter und doch passte auch das zu der unvollständigen geschichte die über den tod seines vaters gehört oder vielmehr nicht gehört hatte wahrscheinlich war das der grund weshalb seine mutter so einsilbig gewesen war niemand hatte ihm erklären wollen was genau geschehen war und dazu geführt hatte dass der herzog seine besitztümer derart vernachlässigt hatte gott sei dank waren die meisten liegenschaften erblähen sonst hätte gedeon sie womöglich bestenfalls bis unters dach mit hypotheken belastet oder gleich ganz veräußert vorgefunden wissen sie zufällig wer diese bedürftige weibsperson ist ihr mädchen nannte sie mrs rosamund petrie barnes spuckte den namen aus als wäre sie von königlichem blut und müsste auch so behandelt werden nichts weiter als eine hure wenn ihr mich fragt sein stallmeister schien nicht viel über die frau zu wissen aber gedeon würde dafür sorgen das ist schien Untertitelung des ZDF, 2020